Sommer, Büro, heiß. Das sind drei Sachen, die zusammenpassen im Dachboden. Jetzt Büro-Dachboden, 24 Grad, das wird noch mehr. Deswegen stelle ich euch heute vor einen Tischventilator mit Klimaeffekt. Und zwar haben wir hier so ein kleines Gerät, den kann man dann aufstellen am Tisch, am Bürotisch. Bei Air Circulation-Fällen, paar Supply und so weiter, also Standard-Mail, Standard-Strom. Ich gehe jetzt mal das Heftle nicht alles ganz durch, weil... Okay, Ventilator ist angeschaltet, eingesteckt ist. Jetzt gucken wir mal nach. Wir machen mal einmal on. Einfach glücklich, okay. Wir haben eine Swing-Funktion. Da haben wir verschiedene Mode, natürlich on-off. Stärke. Stufe 3. Jetzt geht er natürlich ab. Temperaturanzeige. Dann haben wir einen Trimer. Oh, ja, oh, ja, ich liebe es, ich liebe es. Oh, Mann, ist das schön. Mode A. Sondern für die komplizierte Sache nehmen wir unsere Fernbedienung. Dann haben wir unsere schöne Fernbedienung. Wir haben Eco-Mode. Wir haben On-Off-Mode. Aus-Mode. Eco-Mode. Anschalten. Na, komm wieder zurück. Light. Ohne Anzeige. Na, bleib an. Light. Mode. Slow. Eco. 1. Mode 1. Mode A. Swing-Funktion. Not-Swing-Funktion. Speed. 2. Stufe 3. Und. Und. Man kann es einstellen auf. Wir machen hier mal unser Speed-Mode. Speed-Mode. Gehen wir wieder zurück. Man kann. Diese Höhe einstellen. Komm, wir fahren wieder zurück. Ich liebe es irgendwie. Also auf jeden Fall ein schönes Gerät, okay? Vor allem wenn man im Büro ist und da oben sagt die Uhr, oh, bald haben wir 1000 Grad. Bald ist Welthinby-Tag. Dann ist es sehr heiß. Und dann, oh, Swing, ich brauche keinen Swing mehr, ich bleibe bei mir. Dann bin ich froh um so eine Minimallüftung. Ohne Klimaanlage, sondern mit Umwälzung der Luft.